Du hast einen Hattrick nur mit Freistoßtoren gemacht. Komplett krank. Eigentlich hatte ich immer schon einen guten Schuss. Letztes Jahr hatte ich, glaube ich, sechs, davor fünf Freistoßtore. Jetzt habe ich wieder. Junge, pro Saison sechs Freistoßtore und diese Saison fünf. Und wir sind vor der Winterpause. Junge, krank. Da guckst du nur hinterher. Oh! Komplett krank.